Hallo, jetzt haben wir es endlich soweit, wir haben wieder mal ein Infovideo, da bin ich ein kleiner Vlog, nur für euch, mit mir und euch und meine Hand, die die Kamera hält und ein Mikrofon, was auf der Kamera ist, mit der Hand, die die Kamera hält, mit dem Mikrofon. Egal. So, es gibt einige Informationen, die ich mit euch teilen möchte, fangen wir doch einfach mal mit der News des Tages an. Ich werde mal einen Livestream machen und zwar morgen am Freitag, den 18.07. um circa 20 Uhr, 20 Uhr sollte eine ganz gute Zeit sein, da solltet ihr eigentlich auf jeden Fall wieder zu Hause sein, vielleicht wird es auch ein bisschen später, ich weiß das nicht, je nachdem, wie ich von der Arbeit wegkomme. Also 20 Uhr Livestream, Link ist natürlich in der Videobeschreibung, live.lotto.de, ihr müsst wissen, und wir gucken mal, was wir machen. Also ihr könnt mir gerne Sachen vorschlagen, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, ein Quiz oder irgendein kleines Flash-Spiel, was man spielen könnte oder irgendwas, euch fällt da sicherlich was ein. Also wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt zur wichtigsten News eigentlich, die Gamescom. Ja, da freuen wir uns ja schon alle drauf, in weniger als einem Monat ist es soweit. Und ich bin tatsächlich an allen Tagen da, also Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag werde ich auf der Gamescom sein. Da könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn ihr mich irgendwie seht, einfach mal auf Twitter gucken, da poste ich die ganze Zeit, wo ich bin. Aber falls ihr das nicht schafft, mich irgendwie zu finden, gibt es auch zwei Fantreffen. Und zwar einmal am Donnerstag und am, also, nee, Freitag, Samstag, Donnerstag und Samstag. Am Donnerstag, ähm, zusammen mit Little Confused Rain und Viscario und Cerceroven und Max und, äh, Crappix Music. Und am Donnerstag mit den gleichen Leuten, nur statt, äh, Little Confused Rain zusammen mit Captain Skuma. Ja, jeweils um 14 Uhr zwischen Halle 5 und 6, da würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Äh, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr Informationen demnächst dazu, ne? Könnt ihr ja mal einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da seid, ob ihr kommen werdet. Dann haben wir schon mal so einen groben Überblick, ähm, darüber, wer, wer so da auftaucht wie hier. Keine Ahnung. Ja, gut. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee. Nee, ich glaube. Gut, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Äh, meine, mein Arm wird auch gerade sehr lahm. Ich muss den schon mit den anderen Armen abstützen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Äh, bis morgen. Tschüss.